Wittenberge. Mitarbeiter des Berliner Planungsbüros Schrekel und Partner stellten am 1. März drei Gestaltungsentwürfe für die Umgestaltung des Clara Zetkin Parks im Rathaus der Elbestadt vor. In die jetzt vorgestellten Entwürfe flossen auch Ideen von Schülern und Schülerinnen des Marie-Curie-Gymnasiums mit ein, die sich in den vergangenen Monaten ebenfalls mit der Umgestaltung des Areals beschäftigt hatten. Favorisiert wird von Bürgern und Verwaltung derzeit der Entwurf, der einen Rundweg in Herzform vorsieht. Noch bis zum 16. März sind die verschiedenen Vorschläge im Eingangsbereich des Rathauses ausgestellt. Ab dem 12. März sind sie auch online unter www.wittenberge.de einzusehen.